Das Film wird gespielt. Ja ja. Multiboxing. Ja. 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 Dieses XP-Ding ist nur dieses Wochenende. Ja, ich glaub schon. Ja, das ist irgendwie nur alle paar Jubeljahre mal. Einmal im Jahr, keine Ahnung. Scheiße. Ja. Halt ihn wohl. Ja. 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 Aber wir verteidigen. Wir machen einen Gegenangriff. Wir sind die Heldenhaft-Verteidiger. Und ich hab die kalte Maschine ausgewählt. Was denn? Ja, ich wollte eigentlich die Jagd 1 jetzt wieder nehmen. Aber, naja. Bin ich wieder auf der I-16-D5. Das ist ja auch mal ein origineller Flugplatz. Schotter. Ich hab wieder Bombe-Gedöns dabei. Ja. 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 Wir haben Ziele, aber auch Basen. Ich stehe ja eher auf Ziele. Obwohl Basen natürlich viel leichter zu treffen sind mit den Bomben. Leichter Bunker. Im Panzer. Vielleicht ja auch noch ein paar andere Fahrzeuge. Gibt's da denn so einen Bunker so knapp? Ja, einen leichten denke ich. Ziemlich sicher. Wenn ich den treffe. Ja. Endlich mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 oh jetzt hat hier der nächste zwei stück an ihm dran aber ich glaube ich bin ja gerade rechtzeitig gekommen den nächsten von uns abstürzen zu sehen ich glaube diesmal haben uns das falsche team ausgesucht sanft im grünen versenkt doppeldecker land mit nochmal aber wer ist der letzte oder ich sehe drei blaue dann geht es wenigstens schnell ja wir rennen los ne verliehen kann ich gar nicht so ich habe ihn abgeschossen ja anscheinend ja anscheinend ja vielleicht ist er ja noch irgendwann ist er einfach nicht mehr nach hause gekommen irgendwie mit seinen verwundungen und ist dann irgendwo abgestört ja ja Untertitelung des ZDF, 2020